Mein Gott, ich fülle mit Ritzi-Zahnkraft und jetzt nütze ich mehr. Wir werden zusammenreißen, dass es ein mega Event wird. 1.6. August. Wir kommen exklusiv direkt vorhin. Filmfestivals. Eher macht's noch. Es läuft schon. Ja Leute, endlich der 6. August. Filmfestivals sind exklusiv in Lana. Dann haben wir den Chef. Ja, okay. Wir werden zusammenreißen, dass es ein mega Event wird. Komm, der Chef. Da ist der Chef. Drani. Ulu. Du brauchst nicht, jetzt brauchst du nicht kommen. Nicht? Nein. Wir sind gerade mit Ritzi zusammengekrocht und jetzt ist nichts mehr. Ulu, hast du nicht gesagt, dass du das zusammengekrocht? Ja, weil Lian ihm halt voll gestresst und so. Und weil mir kommen kein Mixer da und nichts. Und dann bin ich halt voll aufgegasst, weil es mir auf die Nerven gegangen ist. Und ja. Ja. Nein. Aber weißt du, was ich dazu sagen kann? Ist das wie groß das? Ja. Nichts. Ja. Ich bin jetzt der Chef. Ich habe einen Teil damals aus, weil es der Chef ist. Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! WTF? Felix? Erzähl mir, was du angetan? Volle fete. Volle fete. Volle fete. Was geht denn heute? Das ist Fume Festival. Echt? Simone, was geht denn? Fume! Also Leute. Wie ihr es gesehen habt. Fume Festival. Schau mal die massive Mainstage. Schau kann ich den suchen. Den ist schon fast mal crazy. Oder wie sagst du es? Jetzt gehen wir mal den Hannes suchen. Der Hannes buckelt gerade voller. Und ja. Wir sehen jetzt gleich. Hannes, was geht denn? Ja, da am Schauarbeiten. Ja, ja. Jenny. Ui, 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 ui. Was geht denn heute? Heute wird Fume, 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 Fume. Oh mein Gott. Ist das schon heute? Ich kann nur meinen Portnippen. Ich kann nur meinen Portnippen. Ich kann nur meinen Portnippen. found, ja. Bis zum nächsten Mal.